Elon Musk hat es schon wieder getan. Er hat Klartext über die ganzen rosaroten Politiker und über die Woken-Firmen geredet und damit den TV-Moderator komplett geschockt. Mittlerweile platzt ja Elon Musk immer wieder der Kragen über unsere ganzen unfähigen Politiker und über die einseitigen Medien. Aber seit Elon Musk Twitter gekauft hat, wird er natürlich mit Kritik ohne Ende überzogen, aber Elon Musk hat ein dickes Fell und er weiß sich zu wehrzusetzen. Und man mag ja von Elon Musk halten, was er will. Schließlich ist er ein Mann mit sehr viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. Aber was er mit Twitter im Dienst der Meinungsfreiheit getan hat, das war wirklich großartig und das muss man ihm hoch anrechnen. Musk hat schließlich eine der größten sozialen Medien gekauft und damit dem staatlichen Zensurapparat den Kampf angesagt. Er hat ja direkt nach dem Kauf von Twitter damals das halbe Zensurteam rausgeschmissen, weil natürlich gerade diese Mitarbeiter für die ganze staatliche Zensur zuständig waren. Ich meine, jeder von euch erinnert sich ja sicherlich an die Twitter-Files, wo herausgekommen ist, dass der amerikanische Wahlkampf massiv über die Zensur in den sozialen Medien manipuliert worden ist. Und Elon Musk hatte damals ja die internen Daten von Twitter veröffentlicht und auch Facebook-Gründer Zuckerberg musste die staatliche Zensur eingestehen. Und gerade weil Elon Musk diesen ganzen Zensursumpf aufgedeckt hat und den Kampf angesagt hat, wird er jetzt natürlich von den ganzen linken Politikern und den Vogue-Medien komplett zerrissen. Und jetzt ist es wieder erneut passiert. Es gab einige Politiker und vor allem auch Firmen, die Elon Musk jetzt auf Twitter boykottieren, weil sie damit den Rebell Elon Musk schaden wollen und ihn versuchen wieder auf Linie zu bringen. Also die versuchen ihn damit zu erpressen. Getreu dem Motto, wenn du auf Twitter nicht die ganzen bösen Querdenker und die ganzen anderen Meinungen zensierst, dann boykottieren wir deine Firma. Unter anderem die Firma Disney wollte Elon Musk auf diese Art und Weise erpressen. Aber genau diese Erpressung lässt sich Elon Musk nicht gefallen und jetzt hat er in einem TV-Interview mit der New York Times wieder richtig einen rausgehauen. Er rechnet mit den ganzen korrupten Politikern, den linken Medien und auch den Vogue-Firmen ab. Schaut euch mal folgenden Ausschnitt von Elon Musk an. Also das ist wirklich einfach zu geil. Elon Musk sagt diesem Politikern und diesen Unternehmen im öffentlichen Fernsehen direkt ins Gesicht, dass die sich ins Knie klicken sollen. Und das ist wirklich echt erfrischend zu sehen, wie der Mann kein Blatt vor den Mund nimmt und die ganze Vogue-Industrie zerreißt und sich wie gesagt nicht den Mund und die eigene Meinung verbieten lässt. Er sagte wortwörtlich, wenn jemand versucht, mich mit Werbung zu erpressen oder mit Geld zu erpressen, dann sage ich dich selbst. Ist das klar? Ich hoffe, das ist es. Sehr geil. Weil jeder andere Firmenchef und jeder Politiker würde sofort rausgeschmissen werden, wenn er sowas im Fernsehen sagen würde. Aber Elon Musk ist das selbst egal. Selbst wenn er dadurch ein paar von seinen vielen Milliarden verlieren würde. Und in diesem ganz konkreten Fall ging es nämlich darum, dass Musk ja auf Twitter immer wieder seine eigene politische Meinung sagt. Und vor kurzem hat er das natürlich auch im Rahmen des Israelkrieges getan. Und da er selber ja immer sehr kontroverse Meinungen vertritt, gibt es natürlich einige Unternehmen, die ihn dafür massiv kritisieren. Zum Beispiel die Firma Disney. Disney sagt, dass sie jetzt keine Werbung mehr auf Twitter schalten will, solange Elon Musk solche Verschwörungstheorien auf Twitter verbreitet oder unterstützt. Und damit hoffen wir natürlich Elon Musk wieder zurück auf die Vogue-Linie zu bekommen, weil er dadurch sehr viel Geld verliert. Aber Elon Musk kommt natürlich mit einer Reaktion, womit die ganzen Vogue-Firmenchefs eben nicht gerechnet haben. Also anstatt sich zu entschuldigen, sagt er einfach, hey, euch selber, ich lasse mich von euch nicht erpressen. Und am Ende sagt er sogar noch den Namen vom Disney-Chef Bob Iger, um genau zu zeigen, an wen das Ganze interessiert. Jetzt schaut mal hier nochmal rein. Also ich musste wirklich komplett lachen über diese Art und Weise, wie Elon Musk hier reagiert. Und ich muss ihm auch komplett zustimmen, was diese Redefreiheit angeht. Weil Twitter ist ja nach der Übernahme von Elon Musk genau die Plattform, wo es am allerwenigsten Zensur gibt und wirklich noch jeder das sagen darf, was er will. Und Elon Musk dachte selber damals mal in einem Interview, die 44 Milliarden Dollar, die er gezahlt hat, waren nicht für den Kaufpreis von Twitter, sondern sie waren der Preis für die Wiederherstellung der Redefreiheit. Und genau das ist einfach der springende Punkt. Wir alle kennen ja die fiese Staatspropaganda im Fernsehen. Und Deutschland ist natürlich ganz vorne mit dabei. Wir alle werden gezwungen, diese GEZ-Gebühren zu bezahlen, obwohl jeder von uns weiß, dass ARD und ZDF nicht mal ansatzweise neutral berichten, obwohl das im Rundfunkvertrag drinsteht. Alles, was nämlich nicht deren ihrer linken Ideologien spricht, ist automatisch sofort rechts. Wenn du gegen Klimapolitik bist, wenn du gegen Migrationspolitik bist, wenn du gegen die Corona-Politik bist oder wenn du gegen den Krieg bist, bist du automatisch sofort ein Nazi und wirst diffamiert. Und genau deswegen waren ja die sozialen Medien eine so schöne und so tolle Erfindung. Sie geben uns allen nämlich ein Stück Freiheit zurück. Auf den sozialen Medien können wirklich alle Menschen kommunizieren und können auch Nachrichten teilen. Und das führt nämlich dazu, dass eben nicht mehr die vordiktierte Staatsmeinung der öffentlichen Medien bei uns in aller Munde ist. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem für die Politiker und für die Staatsmedien. Sie verlieren einfach die Deutungshochheit. Sie verlieren massiv an Macht. Sie bestimmen eben nicht mehr, was die Menschen denken und was sie wissen sollen. Und genau deswegen versuchen sie eben mit Zensur, mit Fake News und mit Verschwörungstheorien die Sozialmedien kaputt zu machen. Und sie versuchen halt auch solche Leute wie Elon Musk kaputt zu machen. Und genau dagegen müssen wir uns wehren. Und wie gesagt, man kann ja von Elon Musk halten, was man will und sicherlich macht er auch einige blöde Sachen. Aber in Sachen Meinungsfreiheit ist er wirklich ganz vorne an der Front dabei und kämpft für unser aller Sache. Und genau das müssen wir unterstützen. Wir dürfen uns eben nicht den Mund verbieten lassen und wir dürfen uns eben nicht erpressen lassen. Wir müssen für unsere Meinungsfreiheit kämpfen und zwar jeder von uns. Ich selber mache das hier auf YouTube mit meinen kontroversen Videos und ihr könnt mich dabei natürlich komplett unterstützen. Teilt einfach meine Videos so oft wie möglich. In Facebook, in WhatsApp, in Telegram, auf Twitter, überall. Je weiter sich unsere Videos und unsere wichtigen Nachrichten verbreiten, desto schwieriger fällt es den Vogue-Politikern, uns zu bekämpfen. Und deswegen fang gerne jetzt damit an und teilt dieses Video.